Einen wunderschönen guten Tag und ich würde sagen, wir legen direkt los. Denn an dieses Video wirst du dich in ein paar Monaten erinnern. Denn es ist der Start in ein neues Leben. Dein Leben, nach deinen Regeln, in deiner eigenen Wohnung. Aber bevor wir uns jetzt überschlagen und den Abschluss eines Projektes feiern, das wir noch nicht mal begonnen haben, müssen wir natürlich erstmal die eine, andere große Frage klären. Wieso sollten wir überhaupt ausziehen? Und ist jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt auszuziehen? Auf Frage 1, nach dem großen Wieso, gibt es ein paar Antworten. Die gängigste ist vielleicht die, dass du nach zig Jahren bei deinen Eltern einfach an einem Punkt in deinem Leben stehst, an dem du die große weite Welt erkunden möchtest. Ein bisschen erwachsener sein möchtest oder einfach keine Lust mehr hast, dass irgendjemand in der Küche sitzt und dich kritisch anschaut, wenn du nach Hause kommst. Bei bester Laune. Um 2 Uhr nachts. Egal wie rum. In all diesen Punkten geht es ja eigentlich darum, sich ein eigenes Leben aufzubauen. Vielleicht nerven deine Eltern, vielleicht ist dein Kinderzimmer zu klein oder ja, vielleicht hast du auch einfach keinen Bock mehr, am Wochenende 2 Stunden mit dem Nachtexpress zu fahren, um aus der City zurück nach Hause zu kommen. All diese Gründe besitzen einen versteckten Mehrwert, da die ohne zeitliche Frist kommen. Egal ob überbesorgte Eltern, lange Tour mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder der Drang nach mehr Freiheit, du hast es jetzt schon so viele Jahre ausgehalten und auf die paar Monate kommt es jetzt eigentlich auch nicht mehr an. Hier sprechen wir von einer ziemlich exklusiven Situation, denn du kannst deinen Auszug in aller Ruhe planen. Dann gibt es aber halt auch noch Situationen, die nicht ganz so komfortabel sind. Nämlich die, in denen die Uhr mitläuft. Vielleicht streitest du dich mit deinen Eltern so sehr, dass du es zu Hause einfach nicht mehr aushältst. Du willst nur noch raus und am besten schon gestern. Jeder Tag ist eine Qual, drum sollst du das Ganze mit dem Auszug besser schnell gehen. Vielleicht bekommst du aber auch einen Bescheid, in dem steht, dass du schon in ein paar Monaten ein Studium oder ein Ausbildungsplatz in einer neuen Stadt antreten kannst. Und auf einmal fällt dir auf, dass du dich jetzt besser schnell um eine neue Bleibe kümmern solltest. In beiden Fällen spielt die Zeit eine entscheidende Rolle und der Erfolg hängt von einer geschickten Planung ab. Schritt 1, auf deinem Weg in deine erste eigene Wohnung, ist es also dir die Frage zu stellen, wieso ziehe ich überhaupt aus? Und dir im Anschluss zu überlegen, wie viel Zeit habe ich denn, um das Ganze in die Wege zu leiten? Ein erfolgreicher Umzug steht und fällt mit einer erfolgreichen Planung und bei diesem Vorhaben ist der vielleicht wichtigste Teil deiner Planung ein gutes Zeitmanagement. Neben einem Zeitplan solltest du auch direkt schon mal anfangen, dir einen Kostenplan zurechtzulegen, denn jeder Monat, in dem du bei deinen Eltern wohnst, ist ein Monat, in dem du keine Miete zahlst und dieses Geld, das du hier sparst, wirst du im Laufe deines Vorhabens noch sehr gut gebrauchen können. Also, Tipp 1 zum Schritt 1, frag dich selber, wieso möchte ich überhaupt ausziehen und leite von deinem Wieso dein Wann ab. Und wir schauen uns dann jetzt im nächsten Video ganz genau dieses Wann mal ein bisschen genauer an. Und wir schauen uns dann.